Du wurdest auserwählt als unser nächster Hüter der Erinnerung. Niemand aus unserer Gemeinschaft hat eine Erinnerung an die Vergangenheit. Nur ich. Welchen Wert hat Frieden? Das ist jetzt deine Rolle. In einer Welt ohne Gefühle. Wenn niemand etwas fühlt, was bringt das Ganze dann? Wenn Menschen sich frei entscheiden dürfen, entscheiden sie falsch. Es muss doch einen Weg geben, die Erinnerungen freizusetzen. Die Free-TV-Premiere. Hüter der Erinnerung. The Giver. Freitag, 20.15 Uhr.